So, da bin ich wieder. Heute erschaffe ich den absoluten Überpolitiker. Markus, was willst denn du hier? Servus, Igor. An dir muss ich doch ja nicht rumschrauben. Bist doch beliebt wie Bolle. Ja, in Bayern. Aber willst Kanzler du als Franke sein, musst du zum Dr. Frankenstein. Der Elektriker! Wer ist da? Der Elektriker, der Elektriker, der Elektriker! Wer ist da? Der Elektriker! Na, du, wer liegt denn da? Der Elektriker! Der Elektriker! Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, 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 Vielen Dank.